Moin! Ja, der Titel sagt es schon. Ich habe das Gilly-Treffen 2020 ein bisschen verschoben. Das Datum steht noch nicht fest. Das werde ich noch verkünden in einem extra Video, sobald es dann soweit ist. Ich schätze jetzt mal aktuell, dass es Juni, Juli, August da irgendwo stattfinden wird, wo es die Jahre vorher eh schon stattgefunden hat. Jetzt dieses Jahr wollte ich ein bisschen früher machen, dass auch mit der Umgebung ein bisschen anders ist. Weniger grün, mehr braun. Aber jetzt gibt es ja da Corona und daher habe ich beschlossen, es zu verschieben. Ich bin nicht qualifiziert, da irgendwie eine ernsthaft wahrnehmbare Meinung zu dem Virus kundzutun, denn ich bin kein Virologe oder sonst was. Daher nehme ich mir jetzt nicht raus, darüber zu urteilen, ob es gefährlich ist oder wie auch immer. Und auch so bin ich kein Sozialforscher, was auch immer, der da jetzt irgendwie was wirklich zu sagen könnte. Aber das Gilly-Treffen habe ich abgesagt, weil aktuell schon Einschränkungen sind für Events und ich habe die Befürchtung, dass ich mich jetzt da wirklich reinhänge ins Gilly-Treffen, da eine Menge Aufwand betreibe, alles Mögliche heranhole und da eben Zeit reinstecke, Arbeit reinstecke und dann irgendeine neue Kundtuung oder was auch immer kommt, die dann mich einschränkt und mir verbietet, das Gilly-Treffen zu machen. Und allein deshalb habe ich beschlossen, das Gilly-Treffen jetzt zu verschieben, bevor ich da noch mehr Planung und noch mehr Aufwand und sowas reinstecke und bevor eben auch schon die Zahlungen reingehen und jetzt mal abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Und dann, sobald der neue Termin da ist, werde ich ihn verkünden. Ja, das war jetzt, glaube ich, ein kurz knackiges Video, aber Information ist raus. Dann wünsche ich euch allen gute Zeit zu Hause oder wo auch immer ihr seid und bis zum nächsten Mal. Ciao!